Könnte ja ein Geheimnis dahinter sein oder sowas, also. So, wir speichern. Oh, Schein. Oh, Schein. Oh, Schein. Schein ist es hier, ne? Oh, Schein. Oh. 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 Ah, das ist ein Schmiede, ne? Der hat nix. Aha. Der hat ein Midi-Kitsch. Aha. Ach du meine Herrlich. Ich sehe schon, dass es wieder so eine Sache ist, wo man wieder ewig gucken muss. Weil wieder tausend Räume, bei denen ich hin könnte, zu denen ich langen könnte. Wo ich... Ja, wie komme ich da jetzt hin? Mit Anlauf? Nee. Komme ich da überhaupt? Hier. Ah, okay. Okay. Okay, ich verstehe. Ich muss das ja lang halten. Lebt ihr noch? Lebt ihr noch? Aha. Aha. Okay. Da müssen wir also noch gar nicht hin. Das bedeutet... Zurück. Haben wir vielleicht schon aufgeräumt hier wenigstens, ne? Wenigstens haben wir hier schon eine Runde aufgeräumt. Okay. Okay. So, wir speichern eben mal fix ab. Nehmen wir noch ein kleines Medikit. So, machen wir hier auf. So, nicht meine Freunde. So, nicht hier. Nicht mit mich. Wir brauchen also irgendwelche Karten. Ich speichern mal fix. Ich bin jetzt hier. Okay. No, 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 no Sachse, no, no Sachse, no. Aber ich glaube auch nicht, dass es da lang geht, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht gerade. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich muss die Kiste bewegen können. Das bedeutet, ich brauche doch wirklich solche Schlüsselkarten, damit ich die hier ausschalten kann. Drei Stück. Die Frage ist nur, wo kriegen wir die her, ne? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt vielleicht doch zuerst hier lang. Blue ist the color of our friend, our world. Blue are the people. Ich muss mal doch erst... Vielleicht müssen wir doch erst darüber... Ich wollte mich runterfallen lassen und nicht springen. Kack, kack. Ich glaube, dass wir nämlich hier rüber müssen und dann da hoch. Ah, guck mal eine an, da ist eine. Blue is house with the blue little window and a blue... Huh. Oh. So, mit diesem Ding gehen wir jetzt, müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder zurück, dann öffnet sich da bestimmt das Ding da dran. Wo ging es nochmal raus hier? Da hinten. I wanna make's me. Wenn wir speichern hier fix, dass ich das nicht mal nochmal machen muss, weil ich jetzt doch falsch gelaufen bin. I can't stop. Can't stop. Hallo Mäuschen. So. Äh, Moment. So, wie wir jetzt hier hochgehen, vielleicht öffnet sich ja dann hier die Türe. Nee. Tut sie nicht? Ich guck mal noch in dem anderen Raum hier. Ah, guck mal hier. Aber die ist zu. Die ist zu. Und da ist ein Schalter. Und da, sie brauchen Schlüssel. Oh, ich krieg die Tür nicht zu. In dem Fall kriege ich sie nicht auf. Also muss es hier, muss es hier noch irgendwas geben. Hmm. Okay. Hat irgendjemand was gesehen? Oder? Ist nichts passiert. Ihr Schlosskinder, ihr. Klaut der armen Alli die alle, alle Allis. Aha. Hm.